Schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen zum heutigen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist immer noch Johannes Ungerer und dabei bleibt es hoffentlich auch. Und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Es ist so geil, was ich manchmal am Anfang immer labere. Schön, dass du da bist. Heute geht es um das Thema, wie finde ich Sinn in meinem Dasein? Wow, das ist eine schöne Frage. Lass uns dort eintauchen. Ich freue mich drauf. Und ja, let's go. Wie finde ich Sinn in meinem Dasein? Das Erste, was mir dazu kommt, ist tatsächlich gar nicht. Sinn findet man nicht, sondern man entscheidet sich einfach dazu, was der eigene Sinn des Lebens ist. Denn das Schöne am Sinn des Lebens ist, es ist wohl das größte Mysterium der Menschheit. Jeder möchte so den Sinn des Lebens finden und so weiter. Das Lustige dabei ist, dass kein Mensch dir im Außen sagen kann, was der Sinn deines Lebens ist. Und das war für mich natürlich auch irgendwo eine schmerzhafte Erkenntnis, weil ich so plötzlich voll mit mir selbst konfrontiert war und so gewusst habe, boah krass, stimmt. Nur ich selbst kann festlegen, was der Sinn meines Lebens ist. Und das kann auf der einen Seite natürlich eine Scheißerkenntnis sein, wo du denkst, ach kack, ich will einfach wissen, was der Sinn meines Lebens ist. Und irgendwie, ich fühle mich so sinnlos, ja, worüber wir gleich auch nochmal sprechen über das Wort. Ich fühle mich irgendwie so sinnlos. Was ist denn der Sinn meines Lebens? Und manchmal gehen die Menschen dann nach außen und suchen halt bei irgendeinem Mentor oder Meister und versuchen bei ihm herauszufinden, was der Sinn des Lebens ist. Das Spannende ist, wird sie immer nur wieder mit sich selbst konfrontieren. Es wird sie immer wieder auf sich selbst zurückwerfen. Und sie werden immer wieder an denselben Punkt kommen, nämlich an die Enttäuschung und damit auch an die Erkenntnis, dass nur sie selbst diese Entscheidung treffen können. Und ich habe lange selber auch damit gestruggelt, mit dieser Frage, was ist der Sinn meines Lebens und habe mich auch sehr sinnlos und damit auch in gewisser Weise wertlos gefühlt. Und da kann ich an der Stelle sagen, hey, öffne dich einfach mal dafür, dass es geil sein kann, sich sinnlos zu fühlen. Und öffne dich mal dafür, dass es geil sein kann, dass dein Leben sinnlos ist. Denn sinnlos, wenn du dir das Wort mal anschaust, heißt einfach nur ohne Sinn. Das ist schon alles. Das ist kein Drama, das ist nicht schlimm. Das heißt einfach nur, dass du noch keinen Sinn gefunden hast. Das ist ja schon alles. Und ich glaube, das Beste, was man machen kann, wenn man unbedingt herausfinden will, was ist der Sinn meines Lebens, ist diese Frage einfach loszulassen. Und einfach aufzuhören, zu versuchen, den eigenen Sinn des Lebens finden zu wollen. Und das war zumindest für mich die absolute Lösung. Weil was ist passiert? Ich war eine Zeit lang echt sinnlos, bin so durch die Welt gereist, hatte echt keine Ahnung, warum ich eigentlich mache, was ich mache, was ich eigentlich vom Leben will. Und dann habe ich es einfach losgelassen und war so vollkommen frei damit und habe angefangen, richtig Gefallen daran zu finden, so offen und so frei zu sein, dass wirklich alles zu mir kommen konnte. Und dann kamen einfach die entsprechenden Menschen in mein Leben, die entsprechenden Impulse und mein Leben war wieder richtig im Fluss. Und dann nach und nach hat sich in mir ein Sinn gefestigt. Und ich habe in mir herausgefunden, was der Sinn meines Lebens ist. Und ich habe gemerkt, boah krass, das ist ja etwas, das ist ja nur mein Sinn. Also jeder Mensch da draußen hat ja einen ganz anderen, einen ganz eigenen Sinn des Lebens. Und ich habe so gemerkt, krass, das ist ja nur mein Sinn des Lebens. Das würde jetzt zum Beispiel gar keinen Sinn machen, meinen Sinn des Lebens dir mitzugeben und zu sagen, hey, das ist der Sinn des Lebens. Das würde keinen Sinn machen. Ja, weil mein Sinn des Lebens ist, 5 bis 8 Kinder zu haben. Weil ich es einfach so sehr liebe, Kinder groß zu ziehen und einfach mit Kindern zu sein. Aber wenn ich jetzt sagen würde, hey, okay, du willst wissen, was der Sinn des Lebens ist? Alles klar, krieg 5 bis 8 Kinder. Weißt du, das macht keinen Sinn. Und deswegen, wenn du noch sinnlos bist, dann liebe es einfach. Liebe es einfach, dass du sinnlos bist. Und wo ich damals mich entschieden habe, okay, ich liebe jetzt einfach, dass ich sinnlos bin und damit irgendwo auch wertlos bin. Ich liebe es einfach. Danach habe ich eine sehr schöne Zeit, wenn auch eine unklare, eine sehr schöne Zeit meines Lebens verbracht. Und einfach aus dieser Freude, aus dem Genuss meines Lebens ist dann ein Sinn entstanden. Und ich habe mehr und mehr gemerkt, ja, krass, cool, da zieht es mich richtig hin, da habe ich richtig Lust drauf, das ist der Sinn meines Lebens. Und es kann sich auch immer weiter ändern, es kann sich immer weiter konkretisieren und anpassen und vielleicht auch übergreifen auf andere Lebensbereiche. Aber das ist der Weg, wie ich für mich den Sinn meines Lebens und den Sinn in meinem Dasein gefunden habe. Für mich, der Sinn meines Daseins ist vor allem einfach zu sein. Ja, einfach mein Leben zu genießen, mein Leben fließen zu lassen, meinem Herzen zu folgen, ein paar Menschen dabei zu helfen, dasselbe zu tun, auch ihrem Herzen zu folgen, sich wieder tief mit sich selbst zu verbinden. Und es ist für mich einfach momentan die schönste Art und Weise, wie ich mir das Leben vorstellen kann. Alles Liebe dabei, ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Und wenn du sagst, ja, wow, da zieht es mich auch hin, ich möchte mehr erfahren, du das Gefühl hast, dass ich vielleicht der richtige Mentor für dich bin, schau gerne mal in die Videobeschreibung, dort findest du den Link zur Divine Healing Academy. Ich kann mir gut vorstellen, wenn du dich angezogen fühlst von mir, von diesen Videos, dass es auf jeden Fall ein Match ist für dich. Also, alles Liebe, bis dahin, dein Johannes, ciao.